Unser nächster Preisträger der German Stevie Awards 2018 ist die Pfeiffer Medienfabrik aus Herzbrück. Die Agentur gewinnt einen Bronze Stevie Award in der Kategorie Bester Imagefilm für Unternehmen und Unternehmensübersicht für den Kinosport Wikingerbestattung für ihren Kunden David Blank Bestattungen. Bitte begrüßen Sie heute Abend hier bei uns, um den Stevie Award entgegenzunehmen, Herrn Daniel Kaiser, Herrn Alexander G. Pickel und Herrn David Blank. Pfeiffer Medienfabrik ist eine junge, aufstrebende Werbeagentur, die bei ihren Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen punktet. Hallo und schönen Abend zusammen. Vielen Dank für diese Auszeichnung. Ich möchte mich natürlich auch bei ganz vielen Menschen bedanken. Vorneweg den Max, unseren Kameramann und den fleißigen Simon vom Set, der mir immer sehr geholfen hat. Ein großes Dankeschön geht auch an die Wasserwacht in Herzburg und an die Feuerwehr Habburg, die sich zwei Nächte mit uns um die Ohren geschlagen haben. Und ein riesen Dankeschön geht aber auch an unseren David Blank, der das Projekt ermöglicht hat von Bestattungen Blank. Und wenn Sie sich fragen, warum der Verrückte einen Wikingerhelm auf hat, dann müssen Sie es auf seinem YouTube-Kanal von Bestattungen Blank herausfinden. Dankeschön.